Willkommen zu Rektschöne Forrest. Oh, Twitcher. Ähm, Feuerzeug. Hä? Seit wann haben wir die Flairgang wieder? Die war doch weg. Lol. Das hat aber nichts zurückgesetzt, oder? Wow, bleib oben. Hat das was zurückgesetzt, oder nicht? Hm. Hm. Die Glaukölde sind noch da, oder? Jo. Läuft bei denen. Die sind irgendwie falsch, ne? So ein bisschen nur. So ein bisschen. Eigentlich ist gerade Tagesanbruch, oder? Geht das jetzt? 15 von 5. Läuft. Zack los, ich kann ihn jetzt nicht fertig machen. Wenn auch seltsam, aber fertig. Würde ich sagen. Ähm. So. Wo ist der Stock? Habe ich den aufgenommen? Haben wir noch Essen? Ja. Genug. Äh. Rüstung. Ja, nimm den Fisch in die Hand. Nimm den Fisch in die Hand. Schlauheit in Person. Wie ich immer sage. Sag ich zwar nie, aber egal. Ach, wir können schon nicht mehr rennen. Wir sollten vielleicht, ähm, was essen. Wäre eine Idee, oder? So vielleicht, aber nur. Natürlich. Das Wetter ist klar. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut, ne? Bei mir ist er gerade ein bisschen laut. Wenn er bei mir laut ist, ist er bei euch angenehm normalerweise. Das ist immer so ne Sache. Oh, was liegt denn da? Hätte er das gedacht? Das ist bestimmt gefixt worden. Kann man den blocken? Ne. Ähm, ja. Sehr geil. Bäh. Spinne. Essen. Ich hasse Spinnen. Die sind so... so spinnig. What? Hä, wie sagt er jetzt die... Soll ich überhaupt noch fragen? Ja, es verdoppelt zwar, aber ich glaube, die ist gut. Was haben wir hier? Okay. Hm, Kofferöffner ist auch immer das gleiche irgendwie. Sind die Ureinwohner... Ich überseh die immer ein bisschen. Wie schön die hier rumstehen einfach mal, die Stöcke? Ja, denken sie, ja, weinut, oder? Läuft bei denen. Läuft bei denen. Würde ich sagen. Hm, hm, hm. Warum fall um? Bitte. Jetzt fall schon um. Der Baum will nicht umfallen. Wie gesagt, die großen... äh, die kleinen brauchen irgendwie immer am längsten. Bis die umfallen. Vor allem, wenn man sie nicht trifft. Wir können gar nicht so viele nehmen, oder? Ah, jetzt aber. Hm, so. So. Hä? Okay. Ich frage... Ich frage einfach nicht. Hä, wie viele Dinge hatte ich denn? So, ich will hier jetzt noch so... Hm, noch so eine Reihe hier. So, quasi so ein kleines Lager. So. Huch. Nimm mir den Stock doch. Hä? So. Hä? Hä? Wieso kann ich alles fertig bauen? Ich hab doch nicht mal genug. Muss ich das verstehen grad? Hab ich... Ich hab unendlich Sticks? Woher hab ich die denn? Mann, ich will jetzt eigentlich gar nicht Bug-Using machen. Das... Wie... Ich weiß ja nicht mal, wie ich das hinbekommen hab. Ich wollte ja einfach nur ein Lager bauen. Hä? Wieso... Wieso kann der hier... Der... Hä? Erklärt mir das? Wenn das einer weiß wieso, äh, bitte in den Kommentaren. Ja. Das ist grad ein bisschen... Irgendwie... Doof. Aber auch irgendwie cool. Hä? Hey, wieso hab ich unendlich Sticks? Erklärt mir das, bitte. Hä? Wie so ist der... Ich frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht mehr. Ich will hier eh nur ein Lager bauen, mehr nicht. Hä? Seht der hier die ganzen Teile auf? Also mit den unendlich Sticks hab ich jetzt eigentlich nichts gegen, aber irgendwie doof. Ich find's zwar nicht gemeint, aber eigentlich brauch ich sowas nicht. Hä? Manchmal versteh ich... Manchmal versteh ich die... Jetzt sind sie nicht mehr unendlich. Hä? Hä? Was? Jetzt sind sie nicht mehr unendlich. Läuft. Wieso haut der auf die Baumstämme? Hm. Kann ich jetzt vielleicht? Okay, jetzt sind sie nicht mehr unendlich. Läuft. Muss ich das verstehen? Habt ihr das gehört? Jetzt waren die Ureinwohner. Und wie wir ja letzte Folge mal gesehen haben, irgendwann mal... Eigentlich sollte ich ja sagen, letzte Aufnahme. Letzte Folge, glaub ich, war das nicht. Könnt ihr hier hoch? Und wieso regnet es hier mehr als dort drüben? Weil hier keine Bäume sind wahrscheinlich, aber ja. Alter, dieser Regen gerade. Ich hoffe, alles ist nicht zu laut, ne? Was sind denn die Ureinwohner? Egal. So. Ich will hier auf jeden Fall was hinbauen. Und zwar eine wunderschöne Mauer. Hä? Wie will denn der die Mauer anlegen? Ja, so. Ich will denn die scheiß Dix nicht. Hm. Ja, das gefällt mir so. Soviel zu dem Thema. Sind da... Da war noch einer. Den habe ich leider nicht mehr erwischt. Ja, sicher sind wir hier auf jeden Fall nicht. Oh. Da stehen... gewisse Menschen noch rum. Jetzt nicht mehr. WTF? Alter, mach du was. Junge. WTF? Man muss denen lassen, dass sie besser geworden sind. Ja, Timer. Ich weiß. Komm schon jetzt. Okay. So, ich will noch einen zweiten FPG bauen. Und zwar will ich den ungefähr dann hier hinstellen. Aber erst nächste Folge. Auf History. Ciao. Ciao!